Mein Name ist Wal Rabenstein, ich bin Mitarbeiter bei Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement. Hessen Mobil führt in den nächsten drei Monaten eine Deckenerneuerung auf der Bundesstraße B455 zwischen Dorheim über Wölfersheim bis Grundschwalheim eine Deckenerneuerung durch. Im Zuge dessen befinden wir uns gerade im Bauabschnitt 7. Wie man sieht, ist zwischen Berstadt und Grundschwalheim die bestehende Fahrbahndecke 12 cm abgefräst, die Fräsfläche gereinigt und in den kommenden zwei Wochen wird diese Fläche mit 12 cm Asphaltaufbau erneuert. Wir befinden uns jetzt in Höhe der Anschlussstelle Wölfersheim an die Bundesautobahn A45. Wie Sie hier sehen können, ist die frische Asphaltdeckschicht hergestellt, ist unter meinen Füßen noch warm und abgesplittet. Auf der linken Seite ist bis jetzt nur die Asphaltbindeschicht hergestellt, auf die dann im Laufe der kommenden Woche die Asphaltdeckschicht noch aufgebracht wird. Der gesamte Bauabschnitt hier, das heißt von der Anschlussstelle der A45 bis zum Ortseingang Wölfersheim, wird ca. noch 14 Tage in Anspruch nehmen. Dann wird dieser Bereich markiert und wieder für den Verkehrsteilnehmer freigegeben. Wir befinden uns jetzt am Ortsausgang von Wölfersheim Richtung Autobahn A45. Wie Sie hier sehen, ist die Binderschicht komplett fertiggestellt. Im Laufe des heutigen Tages bzw. morgen wird halbseitig die Deckschicht eingebaut. Die restlichen Deckschicht-Asphaltarbeiten werden im Laufe der nächsten Woche durchgeführt. Alle Arbeiten im Norden von Wölfersheim werden ca. in den nächsten 14 Tagen bis drei Wochen abgeschlossen sein, sodass dann Hessen Mobil mit der Baustelle komplett in den Süden von Wölfersheim wechselt und dort unter Vollsperrung die weiteren Arbeiten bis Dorheim durchführt. Hessen Mobil wird mit der Baumaßnahme der Deckenerneuerung auf der B455 im Raum Wölfersheim ca. Ende August 2012 fertig sein. Mit der Fertigstellung der Ortsumfahrung Dorheim hoffen wir dann dem Verkehrsteilnehmer hier eine entsprechend gute Verkehrsmöglichkeit zu bieten. Wir bitten während der weiteren Bauzeit alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und hoffen, dass wir sie so weit es gehend möglichst wenig beeinflussen. Vielen Dank!